Als ich die Bodmer Gymnastik kennenlernte, war sie für mich wie ein Fenster, durch das ich meinen Körper und meine Bewegungen neu sehen lernen konnte. Inzwischen ist Bodmer Gymnastik für mich eine Lebenshaltung, die mir die Möglichkeit gibt, mich achtsam zu bewegen, mit meinem Körper achtsam umzugehen und in lebendiger Resonanz mit der Umgebung und mit meinen Mitmenschen zu sein.